Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Fandango Remastered. Nachdem ich ja kurz davor war, das Spiel zu deinstallieren in der letzten Folge, weil wir hier ewig mit den Wettabschnitten rumprobiert haben, haben wir es jetzt aber endlich geschafft. Wie komme ich jetzt hier weg? Hallo? Ich finde es geht ja schon gut los hier. Warte mal. Ah, da unten. Ah. Haben wir es ja geschafft, endlich dieses Foto zu kriegen, was Lola versteckt hat. Haben wir das noch? Jo, haben wir noch. Und damit gehen wir jetzt zu Nick, Virago. So ein bisschen wie Nick Viagra. Ich glaube, der Typ führte irgendwas im Schilde. Meinst du nicht, Duck? Duck? Carrie? Wer? Dieser Kerl? Ich glaube er, der war bekloppt. Da waren doch zwei? Ich dachte, das wäre nur einer derselbe, der uns veräppelt. So. Ah, Glottis. So, dann gucken wir mal auf Nick Viagra noch hier ist. Ja, er ist wieder da. Hallo. So. Guck mal. Kann Glottis jetzt mal die Klappe halten? Die Maus. Hier. Guck da. Schau mal, was ich auf der Rennbahn entdeckt habe. Böses Kätzchen und fieser Kater scheinen sich anzuschnurren. Was willst du? Lass mich dir die Geschichte eines jungen Mannes erzählen, der willkürlich eingesperrt wurde, nur weil er seine Gedanken frei ausgesprochen hat. Es ist Zeit, den Bienenstock aufzurütteln. Ich denke, damit sind wir dann quitt. Fast. Wofür war der denn? Für die Fotografin? Nein. Der war dafür, dass du existierst. Ich habe keine Zeit, Lola, zu rächen. Aber ich bin sicher, dass es jemand tun wird. Du hattest keine Zeit, sie zu retten, Annie. Mach dir nichts draus. Man munkelt, dass Frauen retten eh nicht deine Stärke ist. Ja, dann haben wir jetzt Terry befreit. Dann würde ich sagen, wir gehen mal jetzt zu den Docks wieder runter. Und jetzt sollte er uns gefälligster Seebienenwerkzeug geben. Das wäre doch mal ein feiner Zug. Wir fahren im Monsterfahrstuhl. Wir wollen nicht mehr schuften! Wir wollen nicht mehr schuften! Der Drecksackbogen soll verduften! Der Drecksackbogen soll verduften! Wir wollen nicht mehr schuften! Wir wollen nicht mehr schuften! Der Drecksackbogen soll verduften! Der Drecksackbogen soll verduften! Was sind wir, Bienen oder Fliegen? Das sind ganz schön große Werkzeuge. Was sind wir? Bienen oder Fliegen? Gott, das kann sie abholen, wenn wir die Stadt verlassen. Keine Lügen! Keine Lügen! Ich glaube nicht, dass die in nächster Zeit jemand will. Was sind wir? Bienen oder Fliegen? Keine Lügen! Keine Lügen! Keine Lügen! Keine Lügen! Seebienen! Seebienen! Freie Bienen! Freie Bienen! Seebienen! Seebienen! Freie Bienen! Freie Bienen! Wir sind stark! Eine ganze Meute! Killerbienen sind wir heute! Wir wollen nicht mehr schuften! Der Drecksackbogen soll verdurften! Wir wollen nicht mehr schuften! Wir wollen nicht mehr schuften. Der Drecksackbogen soll verduften. Der Drecksackbogen soll verduften. Was sind wir, Bienen oder Fliegen? Sind wir Bienen oder fliegen? Männi, bitte im Takt, ja. Okay, noch mal von vorne. Oh, nee, komm, ich glaube, hier sind wir jetzt vorbei. Der Drecksackbogen soll verduften. Der Drecksackbogen soll verduften. Wir wollen nicht mehr schuften. Wir wollen nicht mehr schuften. Der Drecksackbogen soll verduften. Was sind wir, Bienen oder Fliegen? Keine Lügen, keine Lügen. Keine Lügen, keine Lügen. So, ich geh jetzt. Hallo? Bitte im Takt, ja? Okay, nochmal von vorne. Wir wollen nicht mehr schuften. Wir wollen nicht mehr schuften. Der Drecksackbogen soll verduften. Meine Güte. Ja, die Werkzeuge kriegen wir anscheinend jetzt. Dann müssen wir jetzt Glottis abholen. Jetzt haben wir ja einen Arantia ausgenockt. Die Werkzeuge liegen bereit. Wir haben unseren Ausweis. Dann gucken wir mal. Da müssten wir jetzt nur noch irgendwie den Glottis da loseisen. Hallo? Oh, Glottis, ey. Der Schweizer. Ein kleines Alkoholproblem. Ein Spielproblem. Aber den kriegen wir schon weg. Ich dachte schon. Du schaffst es. Ja. So. Das kann doch nicht wahr sein. Können wir bald gehen. Was hast du gesagt, Kitty Cat? Du sollst nicht reden. Du sollst laufen. Mach schon. Na, super. Fast am Ziel. Achts mal, wir könnten doch, ähm, hier Max fragen. Er soll Glottis rauswerfen. Hallo, Maximino. Na, wenn das nicht mehr eine Calavera ist. Wolltest wohl mal sehen, wie die Erwachsenen spielen, hm? Wenn ich richtig sehe, dann spielen sie mit Kätzchen. Miezen, Roulette-Kugeln. Wo ist denn schon der Unterschied? Beide laufen immer im Kreis und sind zuverlässiger, wenn man ihnen ein wenig nachhilft. Stimmt's? Du wiederholst dich. Das hatten wir schon mal. Äh, ja, hier, guck mal, das passt doch. Max, du musst Glottis den Hammer drehen. Er hat ein Problem. Solange er Kredit hat, hat er kein Problem. Kredit? Wieso hat Glottis Kredit? Er ist Teilhaber in deinem Club, oder nicht? Eigentlich sogar Mitbesitzer. Tja, er hat seinen Anteil am Geschäft als Sicherheit angegeben. Solange euer Laden also läuft, kann er spielen, solange er will. Oh, nee. Das ist nicht gut. Was können wir denn jetzt machen? Komm, Kätzchen, lauf. Komm, 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 komm. Komm her, komm. Glottis ist also Mitbesitzer. Die müssen wir irgendwie... Wie machen wir das denn, dass unser Laden... Wir müssen unseren Laden schließen. Das hilft nichts. Wir müssen eh gehen. Wir gehen mal in unseren Laden. Das muss doch funktionieren. Boah, Glottis, ey. Wir haben auch immer nur Ärger. So, Tür zu. Schön machst du das. So, dann schließen wir den Laden jetzt mal. Gibt es hier eine Tür, die wir zumachen können? Was ist mit Loop? Hast du die Lupe gefunden? Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Okay, die hat auch keine Ahnung. Hätte mich doch gewundert. Hier war doch dieses komische Ding. Hier, warte mal. Können wir nicht einfach so lange die Leute bescheißen, bis die den Laden zumachen? So, einfach mal probiert. Le Numero gagnant. Le 28. Noir. Pair et Pass. 28. Schwarz. Mesdames, Messieurs, faites vos Jeux, s'il vous plaît. Ladies und... Mesdames, Messieurs, rien ne va plus. Les Jeux sont faits. Ladies und Gentleman, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Ah, jetzt haben wir geschummelt. Die 16 ist vorgegeben, egal was passiert. 16. Nein, die Bank darf nicht zahlen, verdammt. Wir bescheißen nochmal. Ladies und Gentleman, ihr Einsatz, bitte. Mesdames, Messieurs, rien ne va plus. Les Jeux sont faits. Ladies und Gentleman, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Oh, oh. 14. Die 14 gewinnt. Le 14. Numero 14. Le gagnant. Sie meinen die 2. Habe ich recht? Oh nein, Messieurs. Die 14 gewinnt. Ich glaube, da irren sie sich. Tut mir wirklich leid, Sir. Aber es ist die 14, die gewinnt. Vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt reicht's. Calavera nimmt sich langsam zu viel raus. Mir gefällt es nicht, Razzien zu machen und Läden zu schließen. Aber irgendjemand muss dem guten Manuel beibringen, was Recht und Ordnung bedeutet. Hier entlang, da hinten. Ich will, dass sich alle Mannschaftswagen füllen. Und bringt mir Manny Calavera. Ich will ihn persönlich verhören. Razzia, wie lange werden Sie den Laden dicht machen? Aha. Ja, du solltest dem großen, orangefarbenen Säufer den Kredit sperren. Ja, genau. Schmeiß ihn raus und bring mir Calavera her, damit wir über seine Schulden reden können. Hey! Lasst mich da sofort wieder rein! Schließlich bin ich ein... Wipp! Steht das für verarmter, irrer Pianist? Ach, Manny, ich will kein Pianist mehr sein. Ich bin Mechaniker. Ich weiß, deshalb habe ich dir einen neuen Job besorgt. Komm, wir holen dein Werkzeug. Und ich darf mit der Maschine machen, was ich will? Sie frisieren? Klar, aber du wirst voll auf damit zu tun haben, sie über Wasser zu halten. Danke auch dafür, dass du nicht allzu viele Fragen gestellt hast. Nachdem, was mit Daran klar passiert ist, verstehe ich, dass ihr verschwinden wollt. Hoffe bloß, dass ich dich nicht wieder aus dem Becken fischen muss. Nächstes Mal bleibe ich unter Wasser. Versprochen. KERSE Käpt'n? Käpt'n Calavera? Puerto Zapato, Matrose! Wir sind endlich da! Schöner Hafen, was? Ja, Sir. Unten warten ein paar Zollbeamte, Sir. Sie wollen das Schiff durchsuchen. Schön, okay. Wir haben nichts zu verbergen, hm? Wir haben keine Leichen im Keller. Aye, aye, Sir. Sichert die Leinen, Jungs! Diesmal aber gründlich! Manuel? Salvador? Ich hoffe, diese wichtige Nachricht erreicht dich rechtzeitig. Unser Mann in Zapato berichtet, dass Miss Colomar den Hafen nie erreicht hat. Man sagt, sie sei bei der Perle über Bord gesprungen. Was immer du auch tust, geh nicht nach Puerto Zapato. Es ist eine Falle. Als Zollbeamte verkleidete Mörder werden versuchen, an Bord zu kommen. Sieh dich vor! Viva la Revolution! Was? Ja, das ist jetzt wieder ein Jahr rum. Das ist ja unglaublich. Wir sind jetzt schon Käpt'n. Und, ähm, hat die, oh, hat die Taube jetzt ein Jahr gebraucht, um hierher zu fliegen. Und wir haben jetzt ein Jahr, sind wir jetzt rumgefahren. Planlos, oder wie? Aber Gladys hat das Schiff hier schön, muss man ja sagen, ne? Aber wie schnell auch immer ein Jahr vergeht. Ich glaube, die ganze Geschichte spielt nur mal an vier Tagen, und dazwischen ist immer ein Jahr. Ja, hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir mal hier rein. Käpt'n Calavera! Hä? Fenrich! Fenrich Kim! Oh nein! Was ist denn los? Fenrich Arnold war doch noch ein Kind. Alle tot. Alle ersprossen. Wie krass, ey. Es tut mir so leid, dass es so enden musste, Matrose. Ja. Was, was ist das denn da? Da ist einer dahinter, versteckt sich. Ich muss aber, glaube ich, hier runter, ne? Oh nein. Oh nein! Ich komme auch hier nicht weg. Ich muss echt hier hingehen. Das darf doch nicht wahr sein. Hey! Er ist hier hinten! Schnapp ihn dir! Glottis! Zollkontrolle! Öffnen Sie die Tür! Und wie der den einfach so hochhebt. Ja, wir wollen, ähm, ihr Gepäck überprüfen. Keine Sorge, Käpt'n. Hier drin sind wir sicher. Okay. Lass uns einfach die Sprengsätze anbringen und verschwinden. In der Blick. Verdammt. Glottis! Was macht er denn jetzt? Ich habe hier drauf gedrückt. Auf Glottis. Hä? Schau mal, ich versuche mal mit Tastatur, wo ich zu Glottis komme. Nö. Ich glaube, mit Glottis können wir nichts machen hier. Hier ist ein Knopf. Ähm, okay. Was ist das hier? Schub? Ähm. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Was sollten wir bei den zweiten Anker lichten? Und dann einfach abhauen. So. Energie. So viel zu Energie. Ähm, ja. Ich glaube, wir müssen mit diesen Ankern hier irgendwas reißen. Aber was? Oh, jetzt beginnt das nächste Rätsel, wo wir jetzt eine halbe Stunde dran sitzen. Ich weiß es genau. Oh, guck mal. Irgendwas. Äh, äh? Und jetzt? Jetzt machen wir mal den hier. Ach, warte mal kurz. Ähm. Den. Ich glaube. Jetzt sieht das hier so aus. Ja, das ist natürlich toll. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, okay. Warte mal. Warte mal. So, ähm... Können wir den jetzt hier... Komme nicht dran! Dann hier... Vielleicht geht das... Was ist das denn gewesen, ey? Hä? Was ist er denn für einer? Ach nee, warte mal... Dann lass das Knöpfchen mal runter... Nein, das war noch die falsche Richtung! Ähm... Jetzt können wir hier gar nichts mitmachen, oder? Komme nicht dran! Ja, Glottes! Ach, Glottes, Menni! Das meine ich doch! Es ist bestimmt leichter, ihn per Motor hochzuziehen! Dein Ernst? Nu, geh doch mal wieder rein! Hm... So... Äh... Äh... ... 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